Baddha-Keki-Asana, auch Baddha-Keki-Asana genannt, wörtlich der gebundene Pfau, ist letztlich der Lotus-Pfau. Keki ist wie Majura eine Bezeichnung für den Pfau. Und Bada besteht hierin, dass du die Beine gekreuzt hältst und damit gebunden, verschränkt hältst. Nimm den Lotus ein und gib die Hände auf den Boden, gib die Ellbogen in den Bauch und hebe die Knie und den Kopf hoch. So bist du in Baddha-Keki-Asana, auch genannt Baddha-Majurasana oder Padma-Majurasana. Diese Stellung ist sehr gut für die Bauchorgane, gibt eine gute Massage für den Bauch, stärkt Gesäß und untere Rückenmuskeln und die Armmuskeln und hilft auch Agni, das Verdauungsfeuer zu stärken. Untertitelung des ZDF, 2020